Das absolut geile an unserer Grippzange ist, sie ersetzt drei Zangen komplett. Das ist ein absolutes Profi-Werkzeug. Wir benutzen es selbst hier in der Halle täglich. Meine Mitarbeiter benutzen es also und ich selbst auch. Aber nicht nur hier in der Werkstatt, ich benutze es auch zu Hause. Letztes mal ein Wasserhahn repariert, einfach um den Wasserhahn drücken, angrippen, zack, Wasserhahn los. Man hat einen großen Hebelweg, man braucht nicht feste Zusammendrücken. Wenn es einmal festgegrippt ist, ist es festgegrippt. Oder beim Sägen von Holz. Letztes Mal musste ich ein Stück Holz sägen, kann ich einfach zusammengrippen. Das Holz liegt fest auf der Werkbank. Wupp, kann ich absägen. Wunderbar. Also ein absolutes Profi-Werkzeug, aber nicht nur das ist ein tolles Profi-Werkzeug, sondern auch unsere Schwenk-Ratsche. Ganz feine Verzahnung hat diese Schwenk-Ratsche. Wunderbar, aber nicht nur, dass man sie so nutzen kann, man kann sie auch umlegen und direkt so schrauben. Ein ganz großartiges Werkzeug, vor allem für in kleinen Ecken irgendwas festzuschrauben. Im Auto oder an Möbeln kann man super in die Ecken für was festzumachen. Super Produkte.